Grüß Sie, es gibt ein kleines Late-Night-Update. Es ist gerade halb zwei in der Früh und wir segeln gerade mit gutem Südostwind, 24 Knoten circa, also 22 bis 24, also oberer Fünfer Richtung Nordwesten, Richtung Biograd und wir befinden uns derzeit gerade zwischen den Inseln Schiriö und Kakan. Es geht schön dahin, Vollmond Nacht, sehr schön zum Segeln. Leider kann ich mit dem Handy draußen nicht filmen, weil da ist alles finster. Habe ich schon mal probiert.